hallo noch ein kurzes update die ersten steine sind gesetzt das ist immer am aufwendigsten weil die natürlich genauestens ausgerichtet werden müssen vor allen dingen wegen der grenzbebauung beziehungsweise drei meter und fünf bleibe ich von der grenze weg und ja noch mal ein klitzekleines schwenk über die baustelle und das war es dann schon wieder für heute bis dann tschüss und 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 und